Und wir schwimmen? Nein, auch kein Hexenäuschen. Das Spiel verarscht mich hier. Das Spiel mag mich nicht. Wir haben ja gleich schon fast zwei Stündchen. Echt? Ja, klar. Ja, es geht schnell. Ja, man merkt, wenn man einmal dran ist. Dann flubt das. Aber sowas wollen. Ach, ist doch eine Beschäftigung. Blub, nein. Wer baut hier eigentlich so ein Wasserbecken hin? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Unschuldig. Ich hab's gesehen, dass du es warst. Oh, hier sind schon wieder... Warte mal, hier schwimmt eh keiner hin. Die Schafe, sie sterben erst mal. Die haben es einfach verdient zu sterben. Ein Schwein auf dem Baum. Ein Schaf. Aber ich will doch nur Bambus haben. Bambus. Wo bist du? Mumpf, 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 Mumpf. Melonen. Nice. Axt da. Millionen, Melonen, Melonen. Ah, krack, krack. Schöner Melonen. Björn. Was denn? Nix, hi. Guten Tag, herzlichen Willkommen. Tschüssi, herzlich willkommen in dieser Aufnahme. Ich weiß auch nicht, ob sie schon wussten, aber Minecraft ist hier, ja, das Spielgrad des Tages. Und noch mehr Melonen. Ich wohne, dass es noch nicht leckt. Noch nicht leckt. Leck, leck. Bäng dran, freche Aufblasen, nicht abblätten. Hallo, ich will davon länger Spaß haben. Nicht nur für einen kurzen Moment. Das ist so, als wenn du ein Kind einen Lolli gibst oder einfach einen Luftballon, den du einfach mit einer Nadel zerplatzen lässt. Er freut sich mehr über einen Lolli. Anfangs über den Ballon, aber später würde er sich über einen Lolli freuen. So ist das nun mal. Wobei, wenn du beim Kind den Ballon kaputt piekst, ne? Das tut dann auf jeden Fall länger Spaß, als wie das Kind. Ja, genau. Na gut, eher den Ärger, ne? Ja, hinterher. Das war mein Ballon. Das war mein Lieblingsballon. Zehn Meter weiter gibt's den gleichen. Das war mein Lieblingsballon. Wupp. Du kannst mich nicht sehen, ich bin unsichtbar. Oh. Ich verschwinde gleich komplett, wenn ich nicht esse. Wupp. Dann überall Kühe. Die Kuh, die macht... Uh, die Kühe machen Mühe. Klick, klick. Aber kein Bambus. Wollte ihren Zeit haben. Bambus. Und... Hupf. Hupf. Ich bin eine Hupf, Dohle. Hupf. Hast du denn heute irgendwelche Streiche gespielt? Ich ne. Ach, ich hab noch nicht mal einen Streich abgekriegt. Hupf. Ja, gut. Das ist ja langweilig. Buh. Wie wirft ihr mit Steinen? Buh. Da. Ja, gut. Der April-Scherz ist ja jetzt schon hier. Klick. Er reicht ja. 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 Fällt mir noch auf den Boden. Den, den. Den, den. So, bin ich jetzt richtig hier? Scheint so. Scheint so, dass ich wieder richtig nach Hause komme. Hier hinten sind auf jeden Fall Schafe noch. Ja, das sollten wir dann. Bei Zeiten auch irgendwann. Oh, da sind noch mehr Schafe. So, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, dass ich richtig bin. Nein, Schaf, bring den nicht selber um. Oh. Wie kann man als Schaf auf dem Kaktus stehen bleiben? Haha, das ist gut. Dann entsteht es dann irgendwann mal, ne? Deswegen ja. Herzlichen Glückwunsch, Schaf. Für diese Dummheit. Ah, ich sehe unser Dorf. Yay. Jetzt ist ja schon wieder dunkel. Komm, bist du weg. Bist du da. Alles dunkel. So, paar Milönchen. Noch mal sechs Stück hier. Das pflanzen wir noch an. Das pflanzen wir noch an. Ah, ist das schlimm. Hm. Weiz machen wir eher weniger. Und hier bauen wir mal Bambus an. Bum, bum, bum. Den, den. Ich hüpfe. Ich hüpfe. Ich hüpfe. Ich hüpfe. Ich hüpfe. Ich hüpfe. Jetzt komm schon. Bum, bum. Kartoffeln, 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 Kartoffeln. Klick, 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 klick. Ich kriege gleich einen Wahnsinn. Mich kann man gleich einweisen deswegen. Klick, 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 klick. Ich denke aber, bis zur nächsten Aufnahme wird das garantiert aufwäch sein. Ja, dann aber nicht. Ich kann auch wieder normal spielen. Guck mal mal, ob ich dann vielleicht auch ein Techshot-Pack dann rauf habe. Ah. Na, das ist noch so eine Behauptung. Welches Techshot-Pack benutzt du denn? Das Facts. Das Facts benutze ich immer. Immer und immer wieder. Weil ich es einfach, weil ich es mag. So knuffig. Wake. So ein knuffiges Techshot-Pack. Bist du ja immer noch... Nein, Spaß. Ich dachte, du wärst schon fertig hier. Nein. Ähm, ist das Holz noch ausgegangen? Ich hab kein Holz mehr. Deswegen hab ich da oben schon Bäume gepflanzt. Aber alles andere nicht. Also dann kann man die nämlich auch mal abholzen. Hm, ich schau mal gerade. Da werden wir bestimmt noch eine Menge brauchen. ... Ja, wir brauchen nämlich noch... ... Gravel. ... Bezin unserer Flintstone. Oh mal Flintstone. ... na 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 na. Hiher Zombie. presentersun��するet. jetzt kommt auch die spinne ein feuerstein klick 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 vermöbel gleich alles ist ein eisen alles hier ist alles gut flinten stil so das haben wir etwas um die zwei stunden liegt daran weil mein kopf immer bei zwei stunden bei mir irgendwann so keinen bock mehr hat so richtig zu laufen wir haben genau so viel geschafft aber wenn ich meine genauen information kriegen würde ist gar nicht aber ich denke mal wir machen dann hier einfach mal für heute einfach mal schluss ok wenn ich in der hölle bin bin ich nämlich sofort direkt lava vor uns nein ok wir laufen dass das nach april fertig ist bei der nächsten aufnahme weil das feuer ist noch schlimmer feuer er ist noch schlimmer als wasser feuer stell dir mal vor der wird die ganze zeit deinen namen sagen wenn du den siehst bing 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 wua wua ja gut ich komme wieder zurück wum 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 dann bin ich schon wieder ja will ich noch was verzaubern das gefällt mir will ich noch was verzaubern das gefällt mir ja bern mein wegen wenn du auch möchtest ja einfach sagen dann machen wir für heute feierabend das ist super toll ich komme zu dir hat wieder spaß gemacht hier nach lange Zeit mal wieder minecraft anzufangen und einfach mal ein neues projekt jetzt leben zu rufen ja neue kanal neues projekt genau und ja wir hoffen dass wir euch bald hier auf unserem youtube channel und so weiter sehen oder einfach bei uns auf oberflash wobei schaut bis dahin und heiße füße wünsche euch der slayer und der flashjuder bis dahin tschüssi bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin Untertitelung des ZDF, 2020